Moin! PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja! Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja! NUTZT NRG Kappa Für Rabatt Link in der Beschreibung Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji Willkommen hier zurück auf NoHandGaming Zu meinem ersten Video in der Kategorie FIFA 20, Freunde Ich hab mir heute gedacht, ich zeige euch mal Mein Dream Team Nach den ersten paar Wochen, vielleicht einen Monat, zwei Monat In FIFA 20, ich hab keine Ahnung, wie schnell ich das zusammenkriegen werde Was ich euch sagen kann, Freunde, ich werde auf jeden Fall dick aufladen Oh yeah! Und deshalb, Freunde Lasst auf jeden Fall mal unter diesem Video Einen Daumen Nach oben da Wenn ihr Bock habt, dass ich FIFA 20 hier verlose Ich werde im Laufe des Videos Einen Hashtag droppen Den schreibt ihr dann in die Kommentare Und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil Vielleicht geil, wenn ihr in dem Video natürlich noch ein Like habt Und wenn ihr neu seid, abonniert ihr Und dann würde ich sagen, starten wir rein Hier in Footwear Wir sind nicht direkt im Spiel drin Ich hab mir hier die Seite genommen Und baue mir hier mein Team Wir werden natürlich auch nicht mit der 3-5-2 spielen Nein, ich hab mir die Formation 4-2-2 rausgesucht Werde aber die nicht in-game spielen Sondern die klassische 4-3-3 wahrscheinlich Hab aber das hier genommen Um das Team so zu bauen, wie ich will Denn ihr werdet jetzt auch sehen Es werden ein paar Spieler irgendwo stehen, wo sie gar nicht so stehen haben Ich werde das Ganze euch erst zeigen, wie ich es bauen werde Und danach, wie es in-game aussieht Wir starten also mit unserem linken Stürmer, Freunde Und ich glaube, über diese Karte Ganz ehrlich Da kommt dieses Jahr nichts drum rum Mbappé 96 Pace Alles ist gefühlt langsamer geworden Nur Mbappé hat 96 Pace Ich bin wirklich gespannt Ich bin wirklich gespannt Ob er auch so brutal im Spiel sein wird Ich mein, letztes Jahr war er, äh War er mit dem Toti schon wirklich absolut krank Und jetzt dieses Jahr so Rechter Stürmer, Freunde Da würdet ihr euch ein bisschen wund Ah, Männer Da werdet ihr euch ein bisschen wundern N'Golo Kante Aha, aha Aha, aha Den haben wir im Sturm stehen Will später nicht da stehen Aber der hat wieder saugeile Stats Und ihr wisst ja, ich habe den letztes Jahr Ich habe ihn gelegt, Freunde Wie meine eigene Blut Er hat leider nur noch zwei schöne Skills Aber ganz ehrlich, es ist scheißegal im ZDM, Freunde Wirklich sowas von scheißegal Der wird wieder ein absoluter Staubsauger Rino sein 89 Sieht irgendwie crazy aus Wenn er vorne Kante als Stürmer bei 89 steht So, Freunde Wir gehen über Zu meinem ersten Z-O-M Hier im Spiel Starten wir mit links oder resten Wir starten mit links Es ist eine Ikone Es ist eine neue Ikone Und eine, die ich wirklich geliebt habe Mit der ich meine Kindheit verbracht habe No Homo Ähm Es ist Kaka Ich nehme mir jetzt mit Absicht Nicht die Prime-Icons Wir wissen nicht, ob die Prime-Icons von Anfang an im Spiel sind Keine Ahnung Deshalb stelle ich erstmal die 89er hin Und wir müssen ja auch ein bisschen sparen Er hat auf jeden Fall dieses Jahr 5 Stände Skills Gespielt hat er sich so Bisher noch nicht ultra herausragend Deswegen will ich ihn noch mehr spielen Weil ich weiß Der wird auf jeden Fall was reißen können Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit Wie EA den behandelt hat mit den Stats 89 beziehungsweise Prime die 91 Der Kerl war unglaublich Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare Was denkt ihr zu den Stats von Kaka Höher oder schlechter Höher oder schlechter Was hat er verdient So, dann gehen wir in der Leiste rüber Wir starten mit unserem linken ZDM Och, das ist auch schon wieder eine Alke, Leute Mann Schare Und Steini hat den geliebt Und ich fand den auch einfach nur geil Es ist Didier Drogba Ich weiß, Freunde Wenn wir mal so schauen Wenn wir mal so schauen Drogba hat auf der 87er Karte 88 Pace Hat hier 85 Pace Aber ich glaube Ich hab, also ich hab lieber 3 Pace weniger Äh, glaube ich Kann ich jetzt noch nicht so beurteilen Dafür aber 3 Schuss mehr Ein Physical mehr 2 sogar Wird sich herausstellen, welcher von beiden besser ist Den je wenigen werden wir dann am Ende spielen Ich stell jetzt mal den 89er rein Ich glaube nicht, dass man das so merken wird Keine Ahnung Der 87er hat halt 89er Antritt Und 87er Sprintgeschwindigkeit Deswegen mal schauen Rechter ZDM Ich hab das Team echt mit vielen Icons gebaut Ich wollte es anders bauen Deswegen ist es wahrscheinlich auch so bescheuert aufgestellt Und ich könnte es eigentlich anders bauen Aber Andrea Andrea Der deutsche Traumzerstörer Pierlo Ich kann mich genau erinnern Damals WM 2006 War das Pierlo, der den Freistoß schnell ausgeführt hat Ich weiß es nicht mehr Aber er hat auf jeden Fall mitgespielt Und ich kann euch eins sagen, Freunde Bei meinem Namen Ich hab gegen Stein mit dieser Karte gespielt Und Real Talk, Freunde Der hat sich gespielt wie Ronaldinho Kein Witz Kein Schwein weiß, wieso Aber er hat 5 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot Mich soll es nicht stören, ganz ehrlich Mich soll es nicht stören Auch wenn man nicht weiß, wieso Aber der muss auf jeden Fall in meinem Dream Team rein Ihr seht bisher 3 neue Icons Einfach weil die neuen Icons Karten sind Die man selbst in der Kindheit erlebt hat Und das macht es ganz einfach mal viel krasser, finde ich Und wir haben schon wieder eine Icon Mann 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 Und ja Es ist die beste Icon Die ich überhaupt bisher gespielt habe Dieses Jahr Zidane Ihr werdet es schon bei den Teases Bei Broski, bei Shining gesehen haben Die haben alle Dinge Die lieben den alle Mehr kann ich dazu nicht sagen Geile Karte Mister Kopfstoß Ehrenmann So, Freunde Und jetzt habe ich hinten freie Auswahl Was ich bauen soll Und ihr wisst ja Ich mache gerne eigentlich so Hybrids Nicht so einliegend Teasy-Style-Team Ich baue gerne ein bisschen Verrückt Diesmal ist es nicht ganz so verrückt geworden Aber ich hätte jetzt auch einfach Basic Ramos Und Van Dijk hinten reinstellen können Ich wollte ja auch mal ein bisschen was Neues probieren Freunde Und deshalb gehen wir auf den Linksverteidiger weiter Und holen uns erstmal den Stronglink ab Dass er da einfach so stehen kann Wie es ist Alexandro Wenn Marcelo besser ist Nehme ich später auch Marcelo Wir können mal kurz die Stats Auch von Marcelo anschauen Der hat aber dieses Jahr nur 81 Pace Von daher bin ich gespannt Deswegen habe ich mich erstmal für Sandro entschieden Hauptsache wir haben wir den Stronglink Denn wir brauchen den Link Hier nach außen später nicht mehr Und auf der rechten Seite Freunde Wird wieder der absolute Tank des Jahrhunderts stehen Kyle Walker 91 Pace Ich habe mich für ihn entschieden Und nicht für Cancelo entschieden Freund Nein Oh Schock Ich dachte ich habe jetzt alles weggedrückt Cancelo hat zwar auch gute Stats Gutes Pace Aber schaut mal Walker hat Äh Cancelo hat 71 Physical Freunde Und Walker hat 81 Physical Ich glaube das kann gut was ausmachen Walker wird weiterhin die Maschine des Zorns sein Deshalb nehme ich den mit Und jetzt Freunde Kommen wir zu den letzten Drei Hinten In der Olga drin Linksverteidiger Freunde Was babbel ich für einen scheiß linker Innenverteidiger Und ich habe ein bisschen gestruggelt Habe überlegt Was soll ich nehmen Ich war mir nicht ganz sicher Nimm ich Varane Dachte ich Ich will nicht noch mehr Franzosen ins Team reinmachen Weil ihr seht Ich habe ja schon Ich habe ja schon Eins Zwei Drei Franzosen mit drin Okay Nimm ich eine neue Nation mit rein Und deswegen habe ich mich für Ramos entschieden Hat geiles Stats 72 Pace Wenn er scheiße ist Freunde Ganz ehrlich Dann steigen wir einfach ganz einfach um auf Varane Weil der hat 83 Pace Und ich glaube der wird wieder ein Biest sein Aber erstmal habe ich mich für Ramos entschieden Weil er auch higher rated ist Und die letzten Jahre einfach brutal war Ich weiß Ramos auch Freunde Aber in der Rechtsverteidigung Haben wir jetzt was ganz ganz Neues Da muss ich erstmal Fuck Da will man einmal einen coolen Move fürs Video machen Und es geht direkt Schief Ich habe in der Rechtsen Innenverteidigung Eine neue Ikone Freunde Damit haben wir fünf verdammte Ikonen im Team schon Und warum Weil ich Bock habe die zu spielen Ich habe mich Habe mir den Kopf zerbrochen Wird es Coman Oder Nee Nicht Coman 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 Wie der auch immer aussprochen wird Aber nein Ich habe mich für eine neue Ikone entschieden Die eigentlich Zwei Außenverteidiger Karten hat Carlos Alberto Zwei Rechtsverteidiger Karten Aber dann habe ich die Innenverteidiger Karte gesehen Und dachte mir Yo Ist gar nicht so schlecht Das einzige Problem was sein könnte Ist dass er nur 1,80 groß ist Hat 82 Sprungkraft Und 88 Kopfballpräzision Man weiß es nicht Was da kommen wird Ansonsten kann man auch andere Spieler hinten reinstellen Wir könnten sogar Den Varane würde nicht klappen Wegen Walker Aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren Weil es halt eine neue Icon ist Ihr seht ich habe nur neue Icons drin Und im Tor Freunde Da mache ich gar kein großes Ding drum Habe ich mich für Courtois entschieden Wegen dem Strongling zu Ramos Ansonsten Wenn ein anderer spanischer Spanischer Torwart besser ist Nehmen wir einen anderen Torwart Aber ich finde Der sieht gar nicht so schlecht aus Der wurde zwar ein bisschen gedungraded Aber sieht in Ordnung aus Freunde Und meine alternativen Freunde Habe ich auch noch für euch am Start Das ist auf jeden Fall die Startaufstellung In Game wird natürlich umgestellt Gar keine Frage Kante auf die 6 Pölo auf die 6 Drogba im Sturm Zidane auf der 10 Kaka auf der 10 Und Mbappé im Sturm Meine Freunde Und ja An dieser Stelle sieht man Wie dumm Benji eigentlich ist Denn genau so funktioniert das Team ja auch Also das ist mein Team Freunde In Game könnte man aber auch immer noch Weil ich bisher in der Demo Ein bisschen die 433 Und so schon gespielt habe Fand ich die 433 noch ganz geil Da müsste man aber Zidane dann Oder einen von den Boys Auf die Außen schicken Oder Mbappé eben außen Drogba Und Zidane dann hier hin Es ist ein bisschen Nicht so stabiles Mittelfeld Wie ich finde Aber ich fand die 433 Dieses Jahr Hat für mich Einen ganz ganz guten Job gemacht Muss jeder so wissen Wie er will ne Und dann noch die Spieler Die ich auf jeden Fall Auch noch spielen wollte Dieses Jahr Natürlich Van Dijk Freunde Bester Innenverteidiger Dieses Jahr Geile Geile Stats Ihr habt bestimmt auch schon Die Demo gespielt Da war er bestimmt auch brutal Ansonsten Wunder sich jetzt vielleicht viele Warum ich Cristiano Ronaldo Nicht drin habe Ich hatte einfach Bock Auf Mbappé Ich hatte einfach Bock Dieses Jahr auf Mbappé Wenn Ronaldo besser ist Und ich mir leisten kann Versuche ich ihn natürlich einzubauen Würde so ja auch Easy peasy funktionieren Könnte ich ganz einfach ersetzen Und dann Freunde Kommt einer meiner Lieblingskarten Dieses Jahr Ist sauschwer zu linken Leider Aber hat so eine geile Karte Schaut euch das mal an 88 Pace 86 Schuss 87 Dribbling 80 passen Und noch 4 Sterne 5 Sterne Kann man mal machen Ich wollte den eigentlich erst Vorhin hatte ich den mit eingebaut Hier in mein Team Würde sogar anstatt Zidane Direkt funktionieren Aber hey Leute Zidane muss drin sein Aber Son kann ich jedem nur empfehlen Dass er den mal austestet Ist ne saugeile Karte Messi hat dieses Jahr Highest rated bekommen Allein wegen seinem geilen Dribbelwert Will ich ihn mal wieder spielen Dieses Jahr Rechter Flügel fand ich ihn noch Ein bisschen besser aufgehoben Als im Zentrum Meiner Meinung nach Letztes Jahr Wer weiß wie es dieses Jahr ist Er hat einen Schuss weniger Nur als Ronaldo Und hat auch noch 92 Pass dazu Das ist schon schlecht Ansonsten habe ich vorhin noch Von Varane geredet Freunde Da seht ihr die Stats Haben wir vorhin schon reingeguckt Und dann haben wir noch Zwei neue Icons Die ich auch Die haben mich wirklich Total überzeugt Freunde Kein Witz Die haben mich wirklich brutal überzeugt Das ist einmal die neue Icon Garincha Oder wie Steini ihn jetzt gerne Chinchilla nennt Ich würde sagen Wir einigen uns auf Chinchilla Der hat sich gespielt Wie eine wilde Sau Freunde 94 Dribbling alleine 92 Pass 86 Schuss 90 Pace Du geile Sau Und Der habe ich bei Steini gesehen Den habe ich dann auch mal gespielt Fand ich auch echt Eine geile Karte Hat soweit ich weiß Nur drei Schiene Skills Aber spielt sich richtig gut Meinte Steini Dull Glish 87 Pace 90 Schuss 89 Dribbling Ist da was drin Oder ist da was drin Alter Sorry Fehlinformationen Genau deswegen war er geil Der hat vier Schiene Skills Und Achtung Fünf Sterne Weakfoot Schreibt mir in die Kommentare Was ihr zu diesem Team haltet Ist das möglich Innerhalb von zwei Monaten Dieses Team zusammen zu kriegen Ich weiß die neue Icons Werden brutal teuer Aber ich will Ich muss Und ich kann es nicht mehr Abwarten Dass das Spiel kommt Freunde Schreibt den Hashtag FIFA 20 Hype In die Kommentare rein Wenn ihr FIFA 20 gewinnen wollt Lasst einen Daumen nach oben Da auf das Video Checkt die anderen Videos Auf meinem Kanal aus Wenn ihr neu seid Abonniert Gerne in dem Sinne Ich bin raus